so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal ramses der dicke ich habe gerade noch im fanschat gepostet und in der rate gruppe generell im community tab dass der heute monat kein stream kommen wird kein chill mit ramses ich bin ein bisschen krank das lag am letzten sie day denn beim letzten sie hat es geregnet hast du den schirm irgendwann weggepackt bist noch weitergelaufen es hat geregnet die ganze zeit dann war es so irgendwie schon nass und dann wollte pupsi aber noch zum martinsmarkt da mal drüber laufen und da hat es noch mehr geregnet ich habe gesagt komm ich nehme jonas den kinderwagen jetzt hatte ich gar keine möglichkeit mehr für den schirm meine jacke war komplett sack nass das t-shirt und runter war komplett durch und nass der die die hose die ich an hatte war komplett nass die unterhose war komplett nass und dann bist du dort über den martinsmarkt gelaufen komplett durchnässt während weiter der ganze regen auf dich drauf geprasselt hat ist und ja das hast du dann halt gemerkt es war ein eisiger wind und dann bist du irgendwann heim und dann war alles gut und heute ging gar nichts mehr irgendwie voll voll gefröstet die ganze zeit total ging nichts mehr tablette genommen hier gerade gegen fieber dann plötzlich richtig krass fieber bekommen 39 7 irgendwas dann plötzlich hitze fallung bekommen geschwitztes todes ich habe mir jetzt hier mein nachtlager im wohnzimmer aufgebaut und schlafe dann jetzt einfach hier damit ich nicht jonas ansteck oder sandra oder irgendwas und gerade habe ich das so in den fans hat noch mal gepostet weil ich dachte ok leicester rater mittwoch diese woche weg für morgen ist ein gewinnspiel für mittwoch lädst du ein altes video hoch massenruhigen sehe itch to domo grüße gehen raus der geschrieben hat doch mal der nächste city ist angekündigt ramses video alles so ane der braucht ruhe mama sitzt da schnupft rum dort steht noch eine suppe ich schwitze gerade so dermaßen ich habe schon wieder eine tablette indus also es ist es ist echt brutal ich möchte aber trotzdem kurz dieses info video irgendwie machen weil ja ist kein stream wurde geräusche auf dem kopf hast ist keine forschung wurde draußen rum rennt total verkackt hängst einfach nur da liest kurz vor was es ist das datum ist auf jeden fall perfekt der nächste community day classic im november ist voltilam voltilam gab es ja schon voltilam hat mit ampharos dann auch eine mega entwicklung das ist richtig cool und der ist sogar richtig guter elektro angreifer dann glaube ich kann aber auch den drachentyp dann haben und deswegen ja drachen puls auch als attacke und ja ich habe noch kein wege einfach aus entwickelt muss ich mal schauen auf dem habanero account das ding ist am samstag der 25 november 23 von 14 bis 17 uhr das ist genau das wochenende wo hannes auch da sein möchte wo die survivor series ist das heißt ich kann den sie der die nächsten dann zusammen mit hannes spielen das wird auf jeden fall richtig cool ich finde das pokémon auch irgendwie cool auch wenn ich die scheine ist nicht so cool finde aber durch die mega entwicklung ist das ja stark so 25 november 14 bis 17 uhr voltilam vermehrt ampharos bekommt drachen puls dass eben die attacke die grad fürs mega dann gut ist es wird wieder eine spezial forschung geben es wird wieder eine spezial forschung geben die ihr für einen dollar kaufen können oder eben einen euro macht ihr ja eigentlich gefühlt fast immer dass ihr mir diese forschung gibt die ich dann im stream lösen kann und dann immer schon ein komplett fertig entwickeltes amphoroster habt das ist auf jeden fall cool das macht spaß und ich finde wie immer der eine euro lohnt sich auf jeden fall den auszugeben einmal im monat event boni dadurch dass es ja ein classic sede ist gibt es nicht den zweiten spezialtausch obendrauf den gibt es nur bei den normalen was haben wir hier aber eier die während des events in eine brutmaschine gelegt werden schlüpfen viermal so schnell das wird die wenigsten leute interessieren damit jetzt beim letzten sie dahin nämlich auch ein viertel brut distanz gehabt das fanden die leute doof während des events aktivieren rauch hält drei stunden lockmodule halten drei stunden und es gibt schnapp schüsse die ich jedes mal vergesse der letzte sede hat mich also komplett ausgenockt wegen dem hänge ich jetzt da und durchlebe alle höllen und der nächste sede dann mit hannes wird hoffentlich ich weiß nicht vielleicht regnet es auch wieder den ganzen tag keine ahnung dass das berechnet man ja vorher nicht mit ein letztes sede war sowieso auch komisch dass es keine showcases gab dann aber doch showcases gab aber nicht mit dem sede pokémon sondern eben mit schicke ich hoffe hier gibt es dann wieder showcases mit voltilam weil ich kann wieder showcases machen würde das gerne machen hier steht pokestop showcases während des classics voltilam warten showcases an verschiedenen pokestops also angeblich gibt es voltilam showcases wenn nicht was anderes passiert aus den feldforschungsaufgaben kriegt ihr dann natürlich auch wieder vermehrt voltilam wo ihr euch die feldforschungs iv merken könnt und meistens da mehr glück habt auch auf dem hunderter zu stoßen ansonsten gibt es da auch staub super bälle und alles andere die in den webstore ignoriere mal die event boxen könnt ihr euch dann angucken und ansonsten sind das alle news von der stelle jetzt aus ihr guckt wahrscheinlich jetzt 20 uhr die premiere ich lade das hoch vielleicht für 20 uhr 30 dann habt dann noch mal ein kleines feedback von mir ansonsten habe ich ja hier unten mein mein nachtlager aufgeschlagen was man jetzt nicht sieht nachtlager kann man da drauf drücken habe mir das farbe urinkissen dahin gelegt habe mir ein pikachu dahin gelegt habe mir alles andere dahin gelegt steht noch eine suppe und ich jetzt hier verkrochen und das ist eigentlich jetzt alles ich bin auch schon wieder total also richtig nass kalt seit der letzten tabelle schwitzt einfach plötzlich wieder alles komplett raus und am liebsten würde ich noch die unterhose ausziehen aber ja das muttertier ist noch da mal gucken wann die dann heim geht und ich wünsche euch auf jeden fall ein paar erfolgreiche schöne tage mal gucken wie es die woche weitergeht es ist aber auf jeden fall gesorgt sind alle videos da die ich jetzt raushauen kann die automatisch schon hochgeladen sind da muss ich mir jetzt keinen stress machen kann erstmal trotzdem bischen ausruhen wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses ich freue mich auf all die lamm ich freue mich auf den sie da ich freue mich eigentlich auf jeden sie da ich freue mich darauf dass hannes dann da ist dass wir das zusammenspielen können eigentlich ist das muttertier dann auch da an dem wochenende weil das ja survival series wochenende ist wo dann hannes hier liegt auf dem boden sozusagen auf seinem feldbett und das muttertier da und dann kann ich nämlich auch mit und auch sie spielen und wenn sie bis dahin noch lebt müssen wir mal gucken aber ansonsten würde ich sagen war es jetzt von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out vorhaut euer ramses ja Das war's für heute.